Bist du knapp da, dass ich anfangen muss oder? Du kannst ja eh deine zwei platzieren, alles gut. Bei 17. Ja, wobei, mach zwei Autotext auf. Ich hab nur Bootstart gemacht. Oh, das könnte kritisch werden. Hast du es bekommen? Nein. Schade. Ist so. Oha, oha, Dirtman, Digga. Was frontest du so? Okay. Okay, Nijaki beats, warum auch immer. Aber die hat hier einen Ring-Toss. Gefährlich. Fick mal den. Nur weil mein Jungler Speed Buff nicht klemmt. Ich hab dir gesagt, was passieren wird, Bruder. Ja, da war es schon zu spät. Ist nicht so, als hätte ich meinen Dash, Digga. Was? Du startest nicht mit deinem Dash? Nein, Digga. Oh, das ist ein perfekter Start. Jeder stimmt. Bro, wohin gehst du? Bro, wohin gehst du? Bro, wohin gehst du? Chill. Naja ist im rechten Jungle. Ist der Dirtman. Ich fronte auch absolut jeden. Ich hab absolut keine Gnade. Ja, so Leute, die hier reinkommen und die hier fronten, aber nicht einstellen können, die gehören gefrontet auf jeden Fall. Ja. Keine Front. Keine Front. Ja, Alpine tut nur manchmal so, als hätte man ihm seine Grundrechte genommen. Sonst auf jeden Fall irgendein. Sonst auf jeden Fall irgendein. Take this Jungle from you. Your middle tower is under attack. Right there. Ähm. Ähm. Alter, dieses Thema mit Vorhaut. Hör mir auf, Alter. Oh, ja. melted. COOL, ich habe zwei mal gekallt. ONG. Was? T-Bar mit Vorhands? T-Bar mit Vorhands? Na, Emi hat den Kill genommen. Schade. Na, schür mir uns geht. Oh, der war gut, Noah. Der Gott heißt Mercury. Auf Deutsch, Merkur. Mach mal schnell die Wave, dann kommst du zu meinem Speed, oder? Jupp. Okay. Dankeschön. Danke auch. Der Digger, der Chuck hat zero Map-Awareness, Digger. Wer immer mute wird. Jeder kommt auch, jeder kommt auch. Deine Mitte-Tower sind unter Attacken. Fehl-Ultimate runter. Hier war ne Schau. Ja. Du bist ziemlich cool. So ein Spaß, Digger. Die Box, der da wie so ein Behindert hat, ist schon wieder wie so ein Hercules-Point. Ja. Ich habe Ulti, ich bin auf dem Weg. Nee, er hat keine Ulti, Bruder. Oh Gott. Nein, der hat ihn gefreezt. Nein. Alter, die sollten beide tot sein. Nice. Nice. Oh, Red ist gespawnt. Oh, ich fang. Ah ne, ist nicht, ist. Mach mit lane. Hä? Ich dachte gerade, ich hatte es schon resettet. Ja, hab ich auch gedacht, deswegen. Komm zum, äh, mein Red. Ja, ich mach kurz dieses Camp hier. Oh, der hat ihn getötet. What the fuck? Ist er los? Ja, mehr Kursen-Assassine. Im Jungle, was ich gerade spiel, spielst du hauptsächlich Assassinen. Hm. Ne, ich hatte Ulti in 20 Sekunden, Bruder. Okay, ich habe keine Beasts, deswegen chillchen. Chillt doch, Digga, was frontet ihr mich so? Bestehung, recht. Bestehung, recht! Bestehung, recht! Bestehung, recht! Bestehung, recht! Bestehung, recht! Ich mag den Scharfen und schniften. So, droppen wir mal seinen Blue. Oh, ich hab eine Jamme im Farmer eingeladen. Nice. Oh, Nehemiah ist tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nice. Ich kann noch ganken. Ja, komm, komm ganken. Ich hab keine B's. Du musst zuerst rein. Ja, ja. Vor dem Tower, vor dem Tower. Richtung Red. Richtung Red. So weg, so weg, so weg, so weg. Ja, ich hab Nijai gekillt, alles gut. Okay. Seine Ulti. Ne, ich hab nix mehr. Alles gut. Black kriegst du ihn. Nice. Fünfmal Guzimbo-Team, Digga, das wär der Tod. Alles gut. Okay. Oh, oh, hierher kommt, hierher kommt. Ja, hab schon gesehen. Hier, da ulti da. Nice. 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 Nice, nice. Nice, nice. On my way. Bye. Nice. A new module. Digger, weil Q-Zembo einfach gut ist, Alter. Du kannst mit keinem so krass pielen wie mit Q-Zembo. Du bist mit keinem so eine krasse Nervensäge, außer mit Kumba vielleicht noch, aber Q-Zembo ist irgendwie nochmal so ein Level drüber, finde ich. Q-Zembo ist echt nervig. Du hast zwar nicht das beste Setup mit ihm, aber du kannst auf jeden Fall pielen wie ein Motherfucker. Hey, was meinst du mit, man muss das ganze Team, meinst du das ganze Team muss den gleichen Gott spielen, oder wie? Ich könnte die Hera ganken, Bro. Ja, gank sie. Oder nee, ich hab's auch da, hat nicht eine Ulti. Ähm, ja, die hat eine Ulti, die hat eine Ulti. Mich hat sie noch nicht geultet, bis jetzt. Ich bin auch da. Schade. Nice, Digga. Hm. Der saftige Auto-Attack, Digga. Hm. Hm. Und die haben ihren Blumen. Attack. Attack. Ich muss mal die Wave, wenn der nicht. Die Hera sollte auch zutaten. Nice. Siehst du, ich will dich nur in der Mittlerin sehen jetzt. Ja. Du hast vor allem nichts mehr verloren. Du hast der Chuck ist... Der mag einfach Blubuffs nicht. Der soll halt nicht nehmen, Digga. Ja, Digga, du wirst vom Pflanzen genommen, Digga, aber Hardcore. Ich brauche den Pflanzen, Digga, aber Hardcore. Danke. Äh, Naja holt die. Okay, die hat gerade 2 HP mir geholt oder was? Ja, deswegen ist es eigentlich egal. Ich kann mit dir ganken, oder? Hast du ultim? Ja, hab ich. Die gehen dann links. Okay. Ja, scheiß drauf. Dann back ich, wenn du nicht kommst. Ja, ja. Hat Hera eine Rulti? Nein. Ah, doch, doch, hat sie. War schon 30 Sekunden her und so schnell, wie die cooldowns dann auf die Rulti kriegt. Safe schon wieder da. Gegen 5 bei Persil von Digga, ich würde direkt alte 4 drücken. Ich fühl die Nase eh. Ich fühl die Nase. Sie sind in eine Rulti. Oh Gott, brennt. Okay, alle holen sich da. Oh, nice. Oh, ich bin low. Nice, Bruder, lauf zu mir, lauf zu mir. Okay, jetzt hab ich aber Schwierigkeiten hier. Kannst du wegdashen? Weit ich noch nicht. Nice, Bruder. Nice, nice, wir können sich da tun. Ja, geht weg. Noll. Nee, den krieg ich nicht mehr. Chase den unten. Der ist so, alter, der ist so viel gedocht, man. Ach so, ich weiß nicht, ich lass grad einfach Minimal laufen. Ich merke nicht mal, dass da Musik läuft. Das ist einfach entspannend. Wie schnell war die wieder da? Ja, die war schon früh tot. Er war die erste Person, die gestorben ist. Ach so, okay. Oh, ich hab grad voll den Scheiß. Was ist das für Legs? Was ist das für Legs? Ja. Okay. Du hast EOT zum zackieren. Ja. Du musst nicht mal zackieren mit EOT. Egal. Man weiß nicht, digga. Ja. Ja, der ist tot. Goldfury ist schon... Digga. Was für Goldfury? Ich kann mit dir ulten gleich, wenn ihr das kommt. Bleib da, bleib da. Ich guck mal, wer ist. Sag mir, sobald du jemanden siehst. Jeder ist da. Oh. Oh, Schade. Oh, Schade. Oh, Schade. Egal. Bisschen was schief gelaufen, aber dann kann ich leben. Da hab ich so viel gemisst, Alter. Das war nicht mehr normal. Ja, ich auch. Ich bin gleich zurück. Hm. Wäre die Hera nicht auf Wall-Ox-Delphator gegangen, dann hätte sie mir mehr Pressure machen können. Die macht noch nicht so viel Damage. Hm. Deine lefte Tower ist unter Attack. Willkommen zurück, der Hund. Jo, ich bin so gefeedet, Bruder. Ja, also, Alter. Jeden Kampf suchen. So, weg, Ulti. Deine righte Tower ist unter Attack. Oh ja! Oh ja! Got me! Attack! Cool! Chase the enemy! Wow, you're unstoppable! An enemy has been killed! Attack Fire Giant! Attack Fire Giant! I'll defend. I'll defend. Attack Fire Giant! I'll attack the Fire Giant! Attack our way! Einer von denen muss halt tanken, digaß. Ja. Just let Chuck zonen. Okay. Warme ult. Geh gleich zurück! Geh gleich zurück! Bin ich da, oder? Ja, alles gut. Ein Minion lass ich dir aus Freundlichkeit übrig. Wer hat meinen Red Buff? Weiß nicht, niemand. Ich hab ihn auf jeden Fall nicht deswegen. Soll ich Tower nehmen? Äh, das kann eigentlich jemand anders machen. Na auf jeden Fall nicht, Chuck. Komm her, Bruder. Okay. On my way. Oh, äh, ohne Fury kommt eigentlich gleich. Mhm. Na, dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Oh, ich mein Rage ist stack. Ja. Ja, ihr könnt dort... Die müssen auf jeden Fall zwei Leute splitten gleich für mich. Ja. Ich hab alle Relics up. Ja. Ich weiß, dass Neja mich angreifen will. Oh mein Gott. Nice. War mal ein Ulti. Yes. Okay, wir haben den Phoenix. Fisch du weiter, fisch du weiter. Komm zu uns, komm zu uns, komm zu uns. Titan. Ja, okay. Proxy noch die Wave. Okay, ich hör sogar Titan gegangen direkt. Ja, mach mal sicherheitshalber. Ja, Mann. Oh, Bruder, der tut weh. Phoenix, 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 Phoenix. Nice. Okay, left back. Letztes Deathbringer? Weiß nicht. Tino? Letztes? Ja. Ah, okay. Da, 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 da. Ah, ich nehm mal eins. Ich nehm mal eins. Okay. Okay. Ich bin voll Lifesteal, Digga. Von denen hat kein Anti. Hehehe. Hast du das Lifesteal-Bild gemacht? Ja, ja. Hehehe. Hehehe. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Okay. Gank. Ich töte kurz Huyee rechts. Ja. Follow me. jumpscare Hanukka Glück. Ja. Ugh, Genau. Achtung! Das ging schnell, Digga. Wieso macht den keiner fertig? Alle laufen raus, als wäre der schon fertig. Ich wollte mich nach diesem scheiß Ring fressen. Ich versuche es! Okay. Jo. 700 in die Fresse. Auf meine Weg. Da ist zu viel Damage auf einmal. Yes. Der E-Mail ist rein. Der hält was aus, deswegen kann man eigentlich mit rein. Ja, ich lass mich kurz healen hier. Ja. Okay, gerett. Ja. War mal ein Ulti, Thorns. Oh. Ja, beide Ultis dauernd. Ja. GG. Digga, ein Game geworden. Was geht, Digga? Was geht ab? Darauf erst mal eine Pfeife, Bruder. Was? Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Wertert euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Vielen Dank.